So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eben haben wir noch kurz gestreamt die Spotlightstunde mit Quiekel und die Zuschauer haben mich schon darauf hingewiesen, es ist ein Artikel veröffentlicht worden, Telegramm explodiert, Shiny Mew wurde angekündigt, das Ticket für 11,99 ist im Shop erschienen, der 25. Geburtstag von Pokémon wird kommen, 20.2. Ihr seht das jetzt schon, jetzt ist Dezember, das ist erst im Februar, aber der Hype ist da, es wurde ja schon angekündigt, dass es ein Event geben wird, wo ihr euch Rot oder Grün aussucht als Team, Pokémon fangen müsst, könnt aber nicht alle bekommen, ihr könnt entweder nur diese bekommen oder nur jene, müsst dann tauschen, dass ihr an einem Tag alle 151 Pokémon bekommt und wie man das gemacht hat, weil darunter bei 151 zählt ja dann eben auch Arctos, Zapdos, Labados, Mewtwo, Mew, da sind die Leute also richtig drauf gespannt gewesen, jetzt ist das Ticket da, wir wussten nicht für was das Ticket steht, jetzt sind Infos da, wir gucken unser Sitz an, pokefans.net waren die ersten, die dazu jetzt einen richtigen Artikel verfasst haben, den ich mir jetzt reinziehen möchte, mit euch zusammen, guckt euch das an, Go, Event mit Shiny Mew zum 25. Jubiläum von Pokémon Rot und Grün angekündigt. Im kommenden Jahr feiert Pokémon seinen 25. Geburtstag. 1996 waren die ersten Spiele in Japan erschienen. Anlässlich dieses Jubiläums wird am 20.2.21 ein virtuelles Event namens Pokémon Go Tour Kando stattfinden. Hier auch ein schönes Bild dazu, so ein Banner Pokémon Go Tour, sieht auf jeden Fall nett aus. Die Pokémon Go Tour Kando findet am Samstag zwischen 9.00 Uhr und 21.00 Uhr Ortszeit statt. Egal wo ihr seid, egal wo ihr spielt, in diesem Zeitraum könnt ihr auf jeden Fall dann zocken, die ganzen Quests machen, sonst was. Während des Events werden die ersten 150 Pokémon in ihren Shiny-Versionen erhältlich sein, darunter auch solche, die bisher noch nicht in dieser Variante verfügbar sind. Man kann ihnen auch nach dem Event des Events begegnen können. Das heißt, alles, was es bisher noch nicht Shiny gab, wird verfügbar sein. Das heißt, Relaxo wird verfügbar sein, weil er da gerade auf dem Bild liegt. Was fällt mir sonst noch ein? Habitak, Ibitak. Vom Rest, ich habe keine Ahnung. Welches Shiny von den ersten 150 fehlt jetzt noch im Spiel, wollt ihr aber unbedingt haben. Auf welches freut ihr euch besonders? Alle 150 Pokémon. Einige Pokémon aus der Kando-Region werden während des Events in der Wildnis und in Raids auftauchen. Arctos, Zapdos, Labados und Mewtwo kehren anlässlich des Events in Raids zurück. Wer also noch Arctos braucht? Wer Zapdos braucht? Wer Labados braucht? Gönnt euch. Viele, die jetzt erst angefangen haben, die die noch gar nicht haben, die auch die Feldforschungsdurchbrüche verpasst haben. Die auch gesagt haben, ja, wie kommt man da ran? Oder Leute, die immer wieder nach Mewtwo fragen, wie kriege ich denn ein Mewtwo? Das war jetzt als Krypto da. Aber jetzt normales Mewtwo, Mewtwo raiden, XL-Bombombs von Mewtwo raiden. Ich werde auf jeden Fall weder Arctos, noch Zapdos, noch Labados machen. Ich werde auf Mewtwo ja gehen. Ich habe noch kein Hunder da. Ich möchte XL-Bombombs. Shiny ist auch verfügbar. Ihr wisst, was das heißt. Lasst uns gemeinsam durchdrehen. Wir müssen ausrasten. Also Mewtwo und die legendären Vögel. Aber wo ist Mew? Die legendären Raid-Pokémon können mit besonderen Attacken gefangen werden. Arctos beherrscht Orkan, Zapdos, Donnershock, Labados, Himmelsfeger, Mewtwo, Psychostoß. Das sind die Attacken, die sie schon hatten, als sie zuletzt in den Raids waren oder an den Raid Days zu finden waren. Alle Spieler erhalten während des Events eine befristete Forschung im Heute-Tab. Ist ja meistens so. Das Tauschen von Pokémon mit anderen Spielern wird währenddessen bis zu einer Entfernung von 40 Kilometern möglich sein. Haben jetzt ja schon einige Tests gemacht auch und über die Entfernung getauscht, weil das ja schon mal erhöht war. Jetzt wieder zurückgegangen. Zum Event steht ab sofort ein Ticket zum Preis von 11,99 im Shop zur Verfügung. Welche Vorteile man dadurch hat, erfährst du nachfolgend. Ich habe ja sowieso gesagt, warum machen die das zum Ticket-Event? Ich dachte, das ist frei für alle. Aber das Event wird wohl ohne Ticket spielbar sein. Aber mit dem Ticket gibt es halt zusätzliche Sachen. Ich bin so begeistert immer, dass ich mir sowieso jedes Ticket hole. Meistens gibt es Medaillen dazu oder irgendwelche coolen Boni, Items, sonst was hin und her. Ich werde mir das Ticket auf jeden Fall kaufen. Manche von euch haben es sich sogar schon gekauft. Es ist eben erst reingekommen. Das Ticket ist schon ausverkauft. Nein, das Ticket gibt es natürlich für jeden. Es ist ja nicht auf ein Gebiet festgelegt, wo sich alle treffen. Jeder kann das ja, wie das Pokémon-Go-Face dieses Jahr, vor Ort bei sich spielen, ohne dass er verreisen muss. Was beinhaltet das Ticket jetzt diese Infos, die ihr eben immerzu gefragt habt? Das Ticket kann, wird im Game-Shop von Pokémon-Go erhältlich sein und erweitert die Event-Erfahrung deutlich. Erwirbt man das Ticket bis spätestens 14.01. erhält man gleichzeitig auch die Tickets für die Spezialforschungen der Community Days im Januar und Februar. Die hätte ich mir sowieso auch gegönnt. Also kaufe ich es gleich, dann muss ich die nicht nochmal kaufen, spare nochmal 2 Euro. Ist das nicht cool? Bei einem Kauf bis zum 4.02. ist zumindest noch die Februar-Spezialforschung inklusive. Das wäre jetzt aber kein Anreiz, sich das zu holen, nur wegen den Sachen. Ticket-Besitzer Für Ticket-Besitzer wird während des Events jedes Pokémon aus der Kando-Region auf irgendeine Weise, beispielsweise in der Wildnis, durch Raids oder durch Entwicklung erhältlich sein. Also ohne Ticket könnt ihr nur Bestimmte bekommen und müsst dann mit anderen, die das andere Team gewählt haben, tauschen. Wenn ihr euch ein Ticket holt, könnt ihr aber alle selber fangen oder raiden oder brüten oder machen oder tun. Man erhält eine event-exklusive Spezialforschung, bei der man einem besonderen Pokémon begegnet. Hat man diese abgeschlossen, erhält man eine zweite Spezialforschung, in deren Verlauf man eine Shiny-Version von Mew fangen kann. Es ist ja schon angekündigt mit Shiny Celebi, dass das 100% für jeden Shiny sein kann. Und jeder kriegt Shiny Celebi. Was mit Mew ist, haben die Leute gefragt. Jetzt wird es hier wohl auch so sein. Gönnt euch, kriegt Shiny Mew. Heißt das, Shiny Mew gibt es nur gegen Bezahlung. Wer also Shiny Mew haben möchte, muss sich das Ticket kaufen. Ticketbesitzer erhalten mehr Bonbons für das Fangen von Kando-Pokémon. Zeitalter der XL-Bombons auch wichtig. Man wird die Möglichkeit haben, im Heute-Tab zu beobachten, wie viele verschiedene der Kando-Pokémon man während des Events bereits gefangen hat. Wenn man bis spätestens 28.02.9 Uhr die ersten 150 Pokémon gesammelt hat, erhält man spezielle Belohnungen. Einige Wochen vor dem Event wird man sich zwischen der roten Edition des Tickets und der grünen Edition des Tickets entscheiden können. Sobald man sich entschieden hat, wird kein Wechsel möglich sein. Okay. Also doch nicht mit Ticket alles, sondern mit Ticket trotzdem nur eine Version und trotzdem tauschen. Was ist der Unterschied? Rot, grün? Da es ja so, da es ja das rote Team gibt und es da eine rote Edition gibt, aber es kein grünes Team gibt. Und das erste Mal ist, dass ich mit grün überhaupt irgendwas zu tun habe, würde ich wahrscheinlich die grüne Edition wählen. Was würdet ihr wählen? Schreibt es natürlich mal rein. Jede der beiden Versionen wird editionsexklusive Pokémon enthalten, die man mit der jeweils anderen Variante nicht erhält. Jetzt raffe ich es wieder nicht. Oben steht doch aber, für Ticketbesitzer wird es möglich sein, alle 150 zu bekommen. Und jetzt? Ja, aber das Ticket sagt, ihr kriegt halt nur ein paar und müsst die anderen tauschen. Also ich verstehe es nicht. Um alle Kando-Pokémon erhalten zu können, muss man deshalb mit Spielern tauschen, die sich für die andere Version entschieden haben. Exklusive Pokémon der roten Edition, Rettan, Miraplar, Mankey, Fucano, Sichlor, Elektek. Exklusive Pokémon der grünen Edition, Sundarn, Wulpix, Mauzi, Knofensa, Magma, Pinsir. Ja gut, Mankey finde ich cool, Elektek, Fucano, Sichlor. Ich glaube, da ist die rote Edition, klingt schon cooler. Weil hier, was will ich mit dem anderen? Magma ist hässlich, Pinsir ist ganz cool, aber ansonsten... Da finde ich Pinsir gut, bei der grünen. Sonst nichts. Ich glaube, ich muss mir die grüne holen, auf jeden Fall. Die jeweiligen exklusiven Pokémon werden auch vom Rauch angelockt. Je nach Edition wird man eine erhöhte Chance haben, bestimmten Shiny-Pokémon zu begegnen. Rote Edition. Bisasam, Glumanda, Shiggy. Alles Seeday-Pokémon. Taupsi, Rettan, Pikachu, Nidoran, Miraplar, Dicta, Mankey, Fucano, Ponita, Mushas, Traumato, Krabbi, Kegli. Das ist auf jeden Fall neu. Schlurp, Sichlor, Elektek, Evoli, Kabuto. Ach nee, das ist ja Kabuto, ist auch nicht neu. Dratini. Das einzigste Neue an der roten Version wäre also Kegli. Grüne Version. Bisasam, Glumanda, Shiggy, Taupsi, Pikachu, Sanda, Nidoran, Wulpix, Mautzy, Anton, Knuffenser, Kleinstein, Owei, Nocchan. Smogon, Tangela, Seba, Magma, Pinsia, Evoli, Ammonida, Strattini. Toll. Ihr müsst euch also entscheiden. Rote Version Kegli. Grüne Version Nocchan. Kegli, Nocchan, Kegli, Nocchan, Kegli, Nocchan. Das heißt, ich kann alle bekommen, aber irgendwie alle doch nicht bekommen. Alle Pokémon gibt es als Shiny, aber irgendwie dann doch nicht. Ich muss also jetzt hoffen, dass einer da einen Shiny Kegli bekommt und mir dann gibt und ich einen Shiny Nocchan, ihn gebe. Und was ist mit Habitag? Bruder, das brutale Habitag. Wer fängt Habitag und tauscht das dann anderen? Gibt es das in beiden Versionen? Ist das editionsexklusiv? Warum machen die das? Ich raste schon wieder aus. Ich will, ich will... Gotta catch them all. Catch them all, ja, also... Ihr wollt doch alles haben. Teilt doch nicht auf. Was soll das denn noch werden? Und hier seht ihr noch ein Bild von Shiny Mew. Ist blau. Sieht auf jeden Fall genial aus. Also, ich... Alle haben gefragt, was wird mit Mew? Wie kommt Mew? Was ist Mew? Was ist Kando? Was ist das Ticket? Jetzt habt ihr hier Fakten dazu. Schreibt mal rein. Gönnt ihr euch ein Ticket? Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der Pokémon spielt, wird sich ein Ticket holen. Sagt mir einen, der sich das Ticket nicht holt. Und warum er sich das Ticket nicht holt. Und dann, welche Edition würdet ihr wählen? Rot oder Grün? Ich finde trotzdem bei dieser... Also, meine Begründung war ja Grün. Weil Grün gab es noch gar nichts. Hier alles so. Sonst denkt man Rot. Okay, ist auch rote Teamfarbe. Blablabla. Normalerweise war es ja Rot und Blau. Rote Edition und blaue Edition. Aber in Japan, die sind farbenblind. Deswegen gab es da nicht die Rote und die Blaue. Sondern die Rote und die Grüne. Ich habe damals die Blaue Edition gehabt. Weil ich die Blaue hatte und die Grüne sozusagen die Blaue ist, müsste ich mir jetzt also die Grüne holen. Außerdem gibt es keine grünen Teams, also grün. Gibt es dann halt Nocchan. Aber ich hoffe noch mehr. Und ich hoffe, alle anderen nehmen auf jeden Fall Rot. Und weil alle anderen Rot nehmen, nehme ich Grün. Dass ich auch dann mit euch tauschen kann oder so. Das klingt auf jeden Fall richtig brutal. Ich bin jetzt schon begeistert. Gespannt, was das wird. Das wird bestimmt einfach nur wieder Stress, Frustration pur. Schreibt mal rein. Welche Teams, ach, welche Edition gönnt ihr euch? Was sagt ihr dazu? Ist das nicht eine Hammer Nachricht? Das war es von meiner Seite aus. Das haue ich jetzt noch fix raus. Und dann sehen wir uns morgen, Raider Mittwoch und in der Raid Mania. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.